Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dingesbühl bei uns auf dem Kanal. Ich sage schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön dass ihr wieder dabei seid. Ganz lieben Dank dafür und was habe ich heute für euch? Natürlich nicht ganz so viel, bin ich ganz ehrlich, weil heute war oder die letzten Tage war Schlag auf Schlag unheimlich viel zu tun. Krankheitsausfall, Urlaub und so weiter, da komme ich dann selber immer gar nicht so zum Filmen, da gehen die Autos wieder schneller raus, wie es reinkommen. Wir haben bei einem KNAUS eine Unterflurheizung verbaut, da blende ich euch aber so ein bisschen die Einschnitte ein, die ich nebenbei machen konnte. Die haben wieder schön Unterflur verbaut, haben wieder den isolierten Abwassertank noch mit eingeschleift. Also, das zeige ich euch auf alle Fälle. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch in die Werkstatt, da habe ich noch zwei Fahrzeuge stehen. Einen Detlefs, einen großen und einen Kastenwagen Atria. Die kriegen alle beide Lithium und kriegen Ladebooster. Möchte ich euch nicht vorenthalten, natürlich. Immer wieder eine andere Bausituation, immer wieder ein bisschen was anders. Und dann möchte ich euch noch immer wieder daran erinnern, Ukraine, wir sammeln immer noch. Auch dazu blende ich euch eine Kleinigkeit ein, gleich nach dem Intro, was wir schon wieder alles gekriegt haben von euch. Und da ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und bitte nicht nachlassen, wenn ihr nur Sanitätskästen oder irgendwelche Verbandsmaterialien, alte Medikamente habt, dürft ihr uns ruhig noch zukommen lassen. Also, es ist immer noch am Laufen. Auch blende ich nach wie vor unser Spendenkonto unten ein, weil auch das ist noch aktiv, weil wir auch immer wieder viele Medikamente und so weiter besorgen, die akut sind. Wir haben eine gute Adresse, da rufen wir immer an, was benötigt wird, was dringend ist, damit auch wirklich das kommt, was dringend ist. Und ich glaube, nach Ostern, das Wochenende, fahre ich auch selber wieder runter und gebe wieder eine ganze Lieferung voll ab. Und da können wir noch einiges vertragen, überhaupt kein Problem. Bitte keine Kleidungsstücke mehr, weil da haben sie genug. Wirklich nur Speisen, Nahrungsmittel, Medikamente, Verbandsmaterial, solche Geschichten. Wenn ihr da noch Babynahrung, natürlich, alte Kinderwägen, Kindersitze und, und, und. Wenn ihr da noch Lust habt und uns da noch ein bisschen mit unterstützt, mobilisieren wir uns noch ein bisschen, dann glaube ich, kriegen wir da noch ein bisschen was zusammen und können da noch ein bisschen was tun. Ja, und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Das hänge ich euch am Schluss des Videos noch mit dran. Weil auf unserer Homepage gibt es eine kleine Neuigkeit und wir haben nämlich jetzt von unserem Tournee, weil wir ja Tournee-Vertragshändler sind, einen eigenen Tournee-Konfigurator gebaut. Und der ist seit kurzem online und auch den stelle ich euch ganz kurz vor. Also, jetzt fangen wir mal an und gehen in die Werkstatt. Auch hier ein kleines Update. Wir haben wieder Lieferungen gekriegt. Das ist der Wahnsinn. Also, das meiste haben wir schon wieder umgepackt und verpackt. Hier haben wir Blutdruckmessgeräte gekriegt, ein ganzer Haufen. Dann haben wir hier dazu zu den Blutdruckmessgeräten Steroskope gekriegt, ein ganzer Haufen. Also, ganz, ganz toll. Dann haben wir ganz viele, so ein ganzer Karton. Hier war so Eintagstecken. Ich weiß nicht, ob das OB-Tecken sind oder irgend sowas in der Form. Und hier auch ganz, ganz viel Verbandsmaterial und so weiter. Also, ihr seht, auch hier sammelt sich wieder einiges an. Echt toll. Dann schaue ich mal da raus in meine Kammer des Schreckens, weil auch hier haben wir eine Kiste stehen mit richtig nagelneuen Top-Medikamenten. Auch die haben wir organisiert. Und da geht es auch bald wieder los. Wir planen die nächste Fahrt, um das Ganze wieder da runterzufahren, weil wir haben schon eine ganze Ladung voll wieder verstaut. Und hier haben wir auch wieder noch einiges. Also, ich kann euch nur immer wieder darum beten, wenn ihr noch irgendwo was habt, was, auch hier wieder ein ganzer Haufen Blutdruckmessgeräte, ganz toll. Wenn ihr noch was habt, alte Sanitätskästen, Verbandsmaterial und so weiter. Es ist nicht vorbei, als uns zusenden. Wir sind ganz, ganz dankbar drum. Und auch blende ich wieder unser Spendenkonto ein, weil die ganze Thematik ist ja noch nicht vorbei. Manchmal hat man das Gefühl, das fängt jetzt erst richtig an. Und da müssen wir einfach nur ein bisschen was tun. Ja, hier sehen wir jetzt die verbaute Dieselheizung. Wie wir mit dem Abstrahlrohr, also mit der Heizung, dann auch in die isolierte Abwassergeschichte gehen. Da haben wir auch die Leitungen alle schön sauber durchisoliert. Und hier sehen wir dann auch die Verbindung in den Abwassertank rein. Mit einem Y-Stück, sodass das alles sauber und ordentlich ist. Ja, und hier nehmen wir es jetzt in Betrieb, damit die auch funktioniert. Unterflur verbaut das Ganze, also wieder top, wie bei dem anderen Fahrzeug, wie wir ja schon mal gesehen haben. Also echt eine tolle Sache, finde ich echt mega. Ja, hier haben wir jetzt mal etwas Größeres bei uns in der Werkstatt. Und zwar einen wunderschönen, also ja gut, jedes Fahrzeug ist auf seine Weise schön, aber einen Detlefs. Guck dir mal allein die Markise an, der kann es richtig lang. Ein Alkofen, also ein richtig geiles Geschoss. Und ja, hier haben wir jetzt das Privileg, etwas ändern zu dürfen. Wir verbauen hier neue Lithium-Batterien. Er hat hier zweimal 120 Ampere Gel drin gehabt. Das haben wir natürlich geändert, weil, ja, war ein bisschen unglücklich. Eine war hier in diesem Fach verbaut. Die haben wir jetzt heute schon mal rausgeholt. Haben dafür hier zwei Verteiler eingebaut, um dass wir hier wieder ein schönes Staufach haben. Weil, wenn wir jetzt 120, 240 Amperestunden Lithium haben, reicht ja jetzt, ergänzen wir das Ganze durch eine 150er Lithium. Und ja, also 240 Gel haben wir gehabt und 150 Lithium machen wir jetzt rein. Und ich glaube, da kommen wir gut klar damit. Wie schaut das Fach aus, wo die jetzt reinkommt? Ja, genau, ihr ahnt es richtig, das ist hier. Nicht wundern, wie es da drin ausschaut. Da sind wir natürlich nicht viel verantwortlich. Aber wir müssen da ein bisschen sortieren und sonntieren. Und dann schieben wir hier, das Fach geht eine ganze Ecke hier hinter. Und da wird dann die neue Batterie reingemacht. Aber ihr seht schon, wie komplex das Ganze ist. Und zwar müssen wir da von diesem Fach aus rein. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da mal ein bisschen was erkennen können. Schaut mal da rein. Oder ich hole mal, besser gesagt, ich hole mal Licht. Und dann können wir da mal rein spitzen. So, jetzt haben wir mal das Fach ausgeleuchtet. Und jetzt gehe ich mit euch mal dahinter. Schaut mal da rein. Also ihr seht, wo der Batteriehalter ist. Da müssen wir natürlich wieder die Batterie reinschieben. Und ihr seht, wie viel Kabel das da rumhängen. Und das wird jetzt alles sauber, ordentlich aufgeräumt. Und auch hier müssen wir nochmal zwei Verteiler setzen, damit es dann sauber funktioniert. Und ja, dass da drin ein bisschen Ordnung ist. Und damit es anständig und sauber ausschaut. Das ist die eine Thematik. Und die zweite ist, dass er noch einen Ladebooster kriegt von uns. Auch den bauen wir da rein. 60 Ampere, also sprich den LBR 60 vom WCS. Und da müssen wir dann natürlich gucken. Das ist ein Eweco. Dass wir hier wieder unseren Lichtmaschinen-Sensor anbringen. Und dann dementsprechend hier wieder Strippen ziehen. Und das da hinten dann wieder sauber und ordentlich hier oben verbauen. Also ihr seht, ist wieder jede Menge zu tun. Und ja, da haben wir ordentlich aufzuräumen da drin. Ein bisschen Platz zu machen. Weil unser Booster braucht auch noch ein bisschen Platz. Und dann kriegen wir das schon hin. Und dann passt das auch wieder da rein. Und ja, aber vom Grundsatz her echt ein tolles Fahrzeug. Dann machen wir noch ein paar Kleinigkeiten dran. Ein bisschen, ein bisschen instand halten halt. Ein paar Nähte nachziehen. Und ja, halt ein paar Schalter reparieren. Und ein paar Kleinigkeiten noch. Aber ihr seht, ist ein wunderschönes Fahrzeug. Mir gefällt er wirklich sehr gut. Was ich ganz toll finde an den Fahrzeugen, dass die Fahrerkabine natürlich abgetrennt ist. Shot zugemacht. Und dann habe ich das Kalt-Thema da nicht mehr so groß integriert. Aber dafür ist er natürlich auch ein richtig großer Brummer. Also er ist nicht wirklich klein. Also, dann schauen wir mal schnell zum nächsten. So, hier haben wir einen Adria Twin 640. Wunderschönes Auto. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wunderschönes Fahrzeug. Auch habe ich das erste Mal beim Kastenwagen gesehen, dass wir hier die Beleuchtung auf der Schiebetüre haben. Auch interessant, muss ich wirklich sagen. Also, finde ich eine tolle Sache. Ja, was kriegt der? Auch der kriegt nahezu das gleiche Paket wie beim anderen Fahrzeug, wie wir gerade schon gesagt haben. Auch hier verbauen wir einmal Lithium-Akku, beziehungsweise zweimal Lithium-Akku. Und da verbauen wir auch einen Ladebooster. Hier haben wir das Ganze ein bisschen anders gehandelt. Hier haben wir jetzt den WCS-Batteriehalter dazu gemacht. Nicht wundern, da sind die Batterien gerade nebenbei noch mit am Laden. Ihr seht schon, wie eng das ist, wenn man zwei Batterien unter einem Fach hat. Dann das ganze Kabelgewuß. Da haben wir natürlich noch einen alten Booster drin gehabt. Jetzt müssen wir hier die ganzen Kabel aussortieren. Das ist die Solaranlage. Das müssen wir alles nur ändern und Sache jetzt mal umklemmen. Es war ein Schaut-Ladebooster verbaut. Und wir verbauen jetzt unseren WCS-Ladebooster. Und da müssen wir jetzt einmal gucken, wie wir das dann hier alles wieder schön reinkriegen. Hier haben wir dann auch noch einen Hauptschalter verbaut, dass der auch wieder funktionell ist und damit das alles wieder schön sauber da drin sitzt. Und das ist schon immer eine kleine Herausforderung. Aber das kriegen wir hin. Das schaut immer wilder aus, wie es ist. Aber es ist halt immer viel Arbeit, weil man die Kabel alle schön durchsortieren muss, die ganzen Sensorleitungen ziehen muss und so weiter und so fort. Das ist natürlich hier schon ein bisschen Arbeit. Also ihr seht, hier haben wir einmal Temperatursensor und Sensorleitung. Dann kommen hier noch Plus und Minus, also Masse. Und die Plus von der Starterbatterie dann auf dem Booster, damit wir hier alles schön sauber durchrangieren können und sauber verklemmen können. Mit Sicherungen alles am richtigen Platz, damit es alles sauber und ordentlich funktioniert. Also ich nehme an, dass das auch rechtzeitig fertig wird. Und auch das haben wir heute. Auch hier machen wir mal einen kleinen Schwenger. Der schaut nämlich auch sehr schön aus, sehr interessant. Also muss ich wirklich sagen, tolle Farbgebung. Gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Hell. Optisch sehr gut. Und mit dem Dach da oben, mit dem Skyroof. Ob das aber allerdings, ich hoffe, dass das okay ist hier. Weil viele haben ja immer wieder Probleme gehabt mit dem Skyroof. Also da muss man mal gucken. Das ist nicht immer ganz so einfach vom Handling her. Aber so im Ganzen und Großen echt ein wunderschönes Auto. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, das ist unsere Homepage, wie ihr ja schon angekündigt habt. Und hier oben haben wir jetzt in der Mitte stehen einen Konfigurator. Neufahrzeuge, Konfigurator. Da geht man einfach kurz drauf. Und hier haben wir schon die Auswahl. Wobei man gucken muss, ob der hier drin bleibt. Das weiß man noch nicht. Torné 6 Meter 4x4. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Dann kommen wir auf die ganze Seite hier, wo unser Konfigurator stattfindet. Darunter sind natürlich auch Fahrzeuge vorgestellt. Jetzt muss man einfach hier sich ein Fahrzeug aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den Torné 6 Meter. Bevor ich jetzt aber allerdings weitermache, weil man kann sich die Konfiguration auch abspeichern. Dazu könnt ihr hier auf den Button gehen, anmelden und registrieren. Weil ihr müsst natürlich dementsprechend registriert sein, um euch die Konfiguration dann abspeichern zu können. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Modellauswahl. Wählen einfach aus. Hier, was wir wollen. Von der PS-Leistung her. Oder 140 PS, 165 PS. Dann wählen wir uns die Farbe aus. In Grün oder in Rot. Oder, ja, was halt alles anliegt. Nehmen wir mal Silber. Und dann gehen wir hier unten natürlich weiter mit den Felgen oder mit Exterieur. Und hier kann man sich alles dann dementsprechend relativ einfach zusammensuchen, was man möchte. Und unter Sonstiges, ach, nur die Außendusche, das Ablassventil. Lala. Und hier rechts oben entsteht dann immer gleich der Gesamtpreis. Ist natürlich immer ohne Gewehr, ganz klar. Weil die Preise aktualisieren sich momentan, ich will nicht sagen fast täglich, aber es ist schon fast so. Und dann kann man einmal Bild herunterladen. Man kann uns die Konfiguration schicken und dann dementsprechend natürlich uns in Kontakt treten mit uns. Man kann die Konfiguration speichern. oder man kann sie teilen. Wenn man es gespeichert hat, kann man jederzeit wieder auf die Konfiguration zugreifen, kann sie dann dementsprechend abändern. Auch das ist machbar. Also ihr habt da alle Möglichkeiten der Welt. Wenn wir jetzt hier mal auf Konfiguration speichern gehen, dann gibt man hier einfach seinen Namen ein. Und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich möchte es einfach so ein bisschen euch erleichtern, einen kleinen Überblick zu kriegen. Einmal einen preislichen. Zweitens, was ist alles machbar? Was kriegt man alles? Ohne große Probleme bei dem tollen Auto. Und natürlich werden noch viel, viel mehr Informationen drunter kommen. Hier fehlen auch noch kleine Bilderchen. Auch die, wenn natürlich noch da sind, dann werden die ergänzt. Da werden wir noch weiter dran arbeiten. Aber jedenfalls, der steht schon mal. Der ist online. Und wenn ihr da Interesse habt, dann kann man da auch gern jederzeit rumspielen. Ja, das war es eigentlich schon zu unserem Konfigurator. Kurz und knapp. Das wollte ich euch einfach nur mitteilen, damit auch der schon online ist. Und damit wir jetzt auch unseren eigenen Tourneekonfigurator haben. Ja, das war wieder einiges. Nicht ganz so spektakuläres wie sonst. Weil, ja, es ist, manche Dinge wiederholen sich einfach. Aber die Einbausituation ist ja doch immer andere. Aber wir haben jetzt in naher Zukunft den Wärmer vielleicht morgen, übermorgen uns einmal zur Brust nehmen. Da lasse ich euch auf alle Fälle mitlaufen. Eine ganz große Concorde, die wir umbauen, wo wir kriegen. Da wird komplett alles gemacht. Von Lithium über Wechselrichter, über Solarregler und so weiter und so fort. Da nehme ich euch auf alle Fälle mit und lasse euch da zuschauen. Und dann haben wir natürlich auch wieder im nächsten Video ein Zwischenergebnis von unserem Solartest. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, immer dranbleiben. Und dann die Glocke abonnieren oder den Kanal abonnieren. Oder auch ein Like für das ein oder andere Video, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Denkt vielleicht an die Spenden, falls ihr noch was habt. Da freuen wir uns natürlich auch ganz, ganz herzlich. Und ja, in dem Sinn sage ich, passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine superschöne Woche. Bleibt alle gesund und schaltet bald wieder ein. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.